Nach dem Zusammenstoß von ukrainischen und russischen Schiffen vor der Krim bringt Kiew das Kriegsrecht auf den Weg. Nach der Zustimmung der EU 27 zum Brexit-Deal wollen britische Abgeordnete einen Nachschlag. Und nach dem Personalabbau in der Vergangenheit wollen Politik und Polizei mehr Präsenz auf den Straßen. Darauf schauen wir um 23 Uhr in Phoenix der Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017